nur so so total unwichtige fakten die man so nebenbei aw kann warum kriege ich schon wieder so sachen die kein spannen brauchen das ist nicht nett man kann doch guckst du hier das sieht hier glücklich aus drungen werden eintrittsmaler zu... ah ok verlassen wir das das event da oben werde ich nicht noch mal machen das war beim ersten mal schon mega öle da was das 2 im so na nur ja da ja na ja na ja 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 Dankeschön... Wächter, ich wollte mal rauskommen. Okay, vielen Dank. Genau, ich stream seit 20 Uhr und werde bis 0 Uhr. Ja... Ist das gut, schlecht? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber bei Release damals habe ich in 2 Wochen 80 gemacht. Also... Also ist alles im Bereich des Möglichen. Ich werde übrigens morgen auch wieder von 20 bis 0 Uhr streamen. Jeden Mittwoch und Donnerstag jetzt. MMOs. Wenn ich groß bin, will ich ein Held sein. Wenn ich groß bin, will ich ein Held sein. Ja... Das neue Level-System ist sehr gewöhnlich. Ähm... Besonders, weil man halt die Fähigkeiten nicht mehr mit den Waffen-Nutzungen bekommt. Sondern halt durch normales Aufleveln. Das ist schon sehr ungewohnt, wenn man es von vorher kennt. Wenn ich groß bin, will ich ein Held sein. Ja, du spielst auf Englisch, stimmt. Ich erinnere mich. Ich werde jetzt erstmal hier alles einsammeln, was ich finden kann. Bisschen chillig Sachen, Farmen und Erfahrungspunkte bekommen. Bisschen chillig Sachen, alle Sachen, alle Sachen, alle Sachen, alle Sachen... Hörst euch das Zeug, um einen besoffenen Nord rauszuwerfen? Dann bewerft euch im gewirkten Flaschenhals als Teilzeithrausschmeißer. rausschmeißer teilzeit rausschmeißer klingt wie geil du bist ganz schön groß warum bist du so groß oder bin ich einfach so eine zwölfjährige der gewirkte flaschen da macht der kampf kann ich gleich seine arbeit als moderator perfekt kriegst du fleiß sternchen wie war denn das hier nochmal wo musste man doch runterjumpen so und darüber oder wie war das ich kann mich nicht mehr erinnern richtig richtig ich jetzt runterfalle kotzig perfekt habe es immer noch drauf genau 50 prozent also du darfst mir jetzt erstmal einen euro spenden und dann weiß du bescheid kriegst du die hälfte zurück doch du bist so weit Meldet alles, Verdächtige treiben. Wait, what? Jetzt sind wir... Komm nicht blöd, doch. Ich mag nicht groß sein, ne, aber... Wie kann ich euch helfen? Du kannst dich Schnauze halten. Pissenhelke. Mach deinen Job. Ja, wir brauchen schon Laufbars. Also, ich hab's geschafft. Nein! Oh ja, ich schaff das. Muss man überhaupt? Ja. War die Glaskuppel schon immer da? Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Und ich hab einfach zu wenig Zeit in dieser Stadt verbracht. Damals hat man ja eh nur in... Dingens rumgehangen. Äh, ich hab vergessen, wie die Stadt heißt. Löwenstein. Das sieht schon... ...sieht schon nett aus. Voller Falke, ey. Geiler Shit. What the fuck? Holy shit, wie groß. Also, ich, ich möchte ganz, ganz kurz auf diese... Größen... Ne? Wisst ihr Bescheid? Wie kann ich helfen? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Da war dieser Jäger mit seinem Hund. Der war größer als ich und sagte WUF! Näh. Der hat WUF gesagt, ey. Unglaublich. Hört man ja auch nicht alle Tage. Bei Balthasar´s Hunden. Wie geht es euch? Tschuuuuh! Ja, ich dachte mir sowas schon. Sah nämlich sehr danach aus. Mit diesem asiatischen Flair. Oh, da ist es. Ich dachte schon, ich hätte es verloren. Hm. Hier wo da... Sehenswürdigkeit. Muss ich da rumlaufen, oder...? Verzeiht. Habt ihr das noch in anderen Park? Nein. Gibt es nur einen kacken Raum. Ja. Jawohl. Ja. 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 Ich habe tatsächlich eins in der Tasche. Ähm. Ja. Danke für den heißen Tipp. Vorerst... äh... Ja. Okay, 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 okay. Ähm. Der dritte Skill. Sprung des Glaubens. Da steht aber nichts von... auf Geschwindigkeit. Ja, ich dachte mir schon, dass das falsch ist. Aber ich dachte, runterspringen ist eine coole Geschichte. So, lass mal gucken. Äh... Überhandert nun mal. Äh... Ja, das weiß ich, was du meinst. Nichtsdestotrotz, weiß ich gerade nicht mehr, wie man da aufs scheiß Dach kommt. Hey, lass mich doch mal hoch, du scheiß Baum. Uno momento. Das ist auch ne Idee. Nein. Das war es auch nicht. Hm... Wie war das nochmal? Verdammte Scheiße. Wann... Müsste man... ...nicht hier irgendwie... ...drauf? Irgendwo? War das nicht so? Ich hab da so ne... ...erhinderung. Oh, das war zu weit. Äh, ich hänge. Ich hänge. So. Nein. Nein. So. Jetzt kommt... Jetzt kommt Special Trick. Pass auf. Bäm, Alter. Ecke Baus. Wahrscheinlich gibt's einen mega einfachen Weg und ich hab's mir jetzt richtig kompliziert gemacht. unununstux. Ich hab das nicht, ich hab Arbeit mit. Ja, ja. Wo ist die aufrasch. Das hat man, ich hab also schon mal gesch Volk, aber wieANne ist. Ja! Entfernung! Ich hab die Kräfte nicht in Ordnung, aber es kommt noch riesig. Ich muss mich wohl auch zurück. Genau. Ich hab immer wieder auf die Kräfte nicht in Ordnung. Ja! es gibt es hier schönes kraft kraft klingt nach einer idee warte mein Schild und mein andern Schild oh yeah leise wie war noch mal winken ich hab's vergessen klingen hallo aber jetzt wird er fein back up ist immer noch am coolsten an die stille erinnere ich mich die stille die stille die stille die stille Also ihr wisst ja, was ich immer sage. Wenn der Wascher gut aussieht, ist es ein gutes Spiel. Ganz klar. Ich habe das heute schon zweimal gesagt, aber ich werde es nochmal sagen. Das Spiel sieht immer noch sehr, sehr nice aus. Kann man nicht oft genug sagen. Wie kann ich helfen? Da, da, da. Jetzt bin ich.